Herzlich willkommen zum Video, ich heiße Felix und im heutigen Video soll es mal wieder ein Update geben zum Flaggschiff der Miner zu der Nummer 1 und zwar Baked Beans. Das letzte Video war hier vor 12 Tagen und wie immer starten wir mit einem kleinen Rückblick. Das Video wurde erstellt am 22.05. Ihr seht hier meine ganzen Statistiken, die Contract Balance war bei knapp 9000 und ich war kurz vor der 1 Milliarde Beans Marke. Dann wollen wir uns den aktuellen Stand mal anschauen. Heute ist der 4.06. der Tage, an dem ich das Video gerade aufnehme. Wir sind knapp bei einer Contract Balance von 6000, also knapp 3000 BNB weniger und meine Beans sind mittlerweile über die 2 Milliarden Marke gesprungen. Also ich habe innerhalb von knapp 2 Wochen jetzt quasi 1 Milliarde Beans hier durch Compounden erreicht. So, warum will ich jetzt über diesen Miner reden? Und zwar habe ich eine Entwicklung festgestellt, die mein letztes Video bzw. die Aussagen, die ich in meinem letzten Video getroffen habe, unterschreiben. Und zwar verlangsamt sich der Rückgang der Contract Balance und wir sehen langsam Stabilität in diesen Miner einkehren. Es kann natürlich sein, dass dieser noch bis 5000 runter geht oder vielleicht auch 4500 oder 4000, aber ich werde euch das gleich noch statistisch zeigen, was mich hier jetzt mittlerweile sehr, sehr positiv stimmt und warum ich mich eben im letzten Video so positiv bzw. so zuversichtlich dem Projekt hier gegenüber geäußert habe. Und zwar könnte das jetzt meiner Meinung nach, wer sehr, sehr viel Risiko gehen möchte, eine Investition wert sein. Ich sage hier auf keinen Fall, ihr solltet das machen bzw. ich empfehle das oder sonstiges. Es ist ein Hochrisiko-Ding gerade, aber ich glaube, dass wir so langsam den Turnaround sehen, weil die Leute merken, dass es sich nicht lohnt hier auszuzahlen, weil ihre Rewards immer weniger werden und alle Leute anfangen hier zu reinvestieren. Woran mache ich das fest? Und zwar, wenn wir uns einmal den Contract hier anschauen und zwar kommt ihr immer zum Contract durch dieses Symbol hier unten, also auf die BSC-Scan-Seite und zwar ist das hier einmal der Contract. Wenn wir uns das anschauen, wir sehen hier oben die Balance, den aktuellen Wert, also knapp 1,8 Millionen US-Dollar, die hier in BNB gerade angelegt sind und ich habe hier schon mal den Graphen geöffnet. Wir können das Ganze jetzt natürlich auch auf All-Funktion anschauen, aber der ist wenig aussagekräftig, deswegen habe ich das auf die Monatsfunktion jetzt hier runtergebrochen und wir schauen uns jetzt einfach mal die letzten Tage an, was hier passiert ist, beispielsweise die letzten 10 Tage. Und zwar, wenn wir hier die einzelnen Werte durchgehen, dann sehen wir, dass wir immer pro Tag so 300, 200 BNB abgenommen haben und es wird immer weniger, was es abnimmt. Der Miner wird immer stabiler und wenn wir uns beispielsweise die BNB-Transfers hier anschauen, ihr seht oben immer das Datum und dann eben die BNB, die rausgesendet wurden und die BNB, die reingekommen sind. Also es gibt immer noch Leute, die investieren hier in das Ganze. Das sollte auch jedem bewusst sein, der Miner ist nicht tot. Es gibt Leute, die investieren hier und ich will euch das auch gleich noch anhand von einem anderen Indikator zeigen, dass das Projekt noch lange nicht tot ist, beziehungsweise sich langsam anfängt zu stabilisieren und möglicherweise eine Kehrtwende in nahe, beziehungsweise mittelfristiger Zukunft bevorsteht. Also wenn wir hier die einzelnen durchgehen, dann seht ihr die Menge, die hinausgeht, nimmt hier langsam stetig ab. Sie wird immer kleiner, weil die Leute eben merken, dass reinvestieren auch in dieser aktuellen Phase des Kryptomarktes viel mehr Sinn macht, da sie langfristig und dieses Projekt ist eindeutig langfristig angelegt. Wer mit der Intention hier reingeht, hier ein paar hundert oder ein paar tausend Dollar zu machen, der ist hier falsch. Das ist nichts für euch. Sucht euch was anderes. Sucht euch die Hochrisikoprojekte, die reines Ponzi-Scheme sind. Baked Beans ist keins mehr davon. Hier kommen Funds von außen rein. Das Projekt finanziert sich nicht mehr nur durch Investorengelder, sondern hier wird Merchandise verkauft. Es gibt einen eigenen Token. Es gibt eine Bakehouse-Plattform. Die habe ich tatsächlich noch nie in meinen Videos vorgestellt, weil ich selber nicht in den Token investiert bin. Aber es wurden hier vom Team Einkommensquellen geschaffen, die eben diesen Contract füttern. Und das hier eben kein reines Ponzi-Scheme mehr ist. Das sollte jedem bewusst sein. Die meisten Miner, die eben starten, sind reine Ponzi-Schemes. Wer zuerst reinkommt, wird von den Leuten ausbezahlt, die später kommen. Deswegen sage ich euch zum Beispiel auch in meinen Videos immer, bei diesen Minern solltet ihr so früh reingehen wie möglich. Am besten direkt zum Launch. Also wenn der Launch-Timer abgelaufen ist, dann geht ihr in diese Projekte rein. Einige werden jetzt schon die Augen verdrehen, weil sie es schon so oft gehört haben. Aber es ist einfach essentiell, um hier langfristig bzw. um hier Profite zu machen. Einen weiteren Indikator, den ich jetzt eben gerade schon angesprochen habe, sind die Google Trends. Und zwar habe ich das Ganze einfach mal gegoogelt mit Baked Beans Krypto. Und zwar sehen wir hier den Chartverlauf der letzten zwölf Monate. Und ich habe das Ganze weltweit selektiert. Und wir sehen hier diesen krassen Anstieg im März bzw. April, als der Miner, wenn wir uns das Ganze hier nochmal auf der BNB Balance anschauen und dann auf All gehen, das war hier. Das war hier, als die Contract Balance so hoch geschossen ist, das Marketing am größten war und jeder über diesen Miner geredet hat. Das ist genau diese Kurve hier, bei dem alle den Miner gesucht haben und das Ganze dann natürlich, als wir das Peak erreicht haben, stetig bergab ging. Und jetzt sehen wir hier unten sowas wie eine Trendwende. Das war jetzt quasi letzte Woche und das ist jetzt die aktuelle Woche. Also die Suche geht wieder nach oben. Ob das jetzt natürlich ein langfristiger Trend ist, das muss man jetzt über die nächsten Wochen beobachten. Aber der Trend geht schon mal dahin, dass die Aufmerksamkeit des Miners wieder steigt. Und jetzt ist noch ganz interessant, sie haben nämlich die Marketingkampagne in Südostasien laufen gehabt. Die haben sie jetzt zwischenzeitlich erstmal gestoppt, da eben die aktuelle Marktphase und viele weitere Faktoren hier mit reingespielt haben. Aber wir sehen zum Beispiel in den Philippinen, Südostasien, das ist dieser Bereich hier, diese Inselkette hier, die größte Sequenz in der letzten Zeit eben. Und dann sieht man mal, was das Ganze für Auswirkungen hat, dass dort eben das Projekt beworben wurde und dadurch auch neue Investoren gewonnen werden. Und jetzt wartet mal ab, wenn das Marketing hier wieder Fahrt aufnimmt und der Miner potenziell sein Turnaround sieht, wie dann die Rakete in diesem Miner wieder losgeht. An dieser Stelle nochmal, das ist nur meine eigene Meinung. Ich bin absolut davon überzeugt, dass dieser Miner zurückkommt, weil einfach die Grundlage, die Grundstruktur, das Fundament passt. Es ist gut, das Team ist gut, es wird stetig daran gearbeitet. Wenn wir zum Beispiel hier auch nochmal einen Blick in die Telegram-Gruppe werfen, hier sind ständig Competitions, man kann ständig was gewinnen. Also jeder, der hier Zeit hat und an diesen Competitions teilnehmen will, hier gibt es immer mal wieder BNB zu gewinnen. Ihr seht hier sogar bis zu einem Wert von 0,5 BNB, also knapp 150 US-Dollar für Lau, also dafür, dass ihr hier in diesem Fall zum Beispiel die Lyrics von irgendwelchen Songs erraten müsst. Und eine Nachricht, die ich auch noch ganz wichtig fand, die ich hier definitiv im Video erwähnen wollte, ist diese hier. Sie haben auch realisiert, dass es vielleicht für die Leute sinnvoller wäre, aufgrund der aktuellen Marktsituation, beziehungsweise der generellen Situation in diesem Miner hier gerade, dass sie eben viel mehr reinvestieren, weil es ihnen nichts bringt, hier täglich auszuzahlen, weil sich einfach die Rewards so krass reduzieren. Und hier unten erwähnen sie auch nochmal, dass sie stetig dran arbeiten, dass hier ist alles auf Langfristigkeit ausgelegt. Also, meiner Meinung nach, man sollte einfach Vertrauen in das Projekt haben. Wenn man kein Vertrauen in ein Projekt hat, dann sollte man auch gar nicht investieren, dann bleibt einfach weg. Ich hatte Vertrauen, habe immer noch Vertrauen in das Projekt und bin sehr, sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Wenn wir kurz, mittel, langfristig irgendwann den Turnaround im Kryptomarkt sehen, aller spätestens dann wird dieses Projekt auch wieder Fahrt aufnehmen. Ich glaube, dass es schon viel früher passiert. Also, wer einen richtigen DJ-Play machen will, hier hohes Risiko eingehen möchte, kann sich natürlich den Miner hier annehmen und vielleicht ein kleines bisschen investieren. Und alle, die hier weiter fleißig reinvestieren und ihre Funds im Contract lassen, werden mittelfristig bis langfristig belohnt werden. Davon bin ich absolut überzeugt. Das soll es mit diesem Update-Video gewesen sein. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Wenn ihr Fragen zu dem Projekt habt, gerne unten in die Kommentare. Ihr könnt mir natürlich auch gerne jederzeit auf Twitter schreiben. Der Link ist unter anderem hier auf dem Kanal-Banner bzw. in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.